Ey, wer hat mein Vanillepudding gegessen? Ich hab deinen Vanillepudding gegessen! Was? Richtig gehart, Fick-Schnitzel! Und das ist nicht das Einzige! Dein Vanillepudding war so scheiße! Ich habe ihn ausgekotzt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das kann nicht sein! 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 Hat er etwa seinen Vanillepudding zurück? Nein! Ich... Ich habe ihn doch auch gegessen und ausgekotzt! Wie ist das denn möglich? Es sah ihn nicht mehr hart! Es... Es sah ihn nicht mehr hart! Ich habe die Katze gegessen! Lecker! Vanillepudding! Es war noch genug... Vanille in der Kotze! Mei teller! Dürba! Dez hahnter k아! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020